Weiter geht es mit Dragon Age Origins. Wir sind auf dem Weg ins nächste Stockwerk, aber vorher werden wir wie immer alles looten, was wir hier bekommen. Die Kiste ist verschlossen. Und Genlock. Und hier den Waffenstellen noch. Und ich muss mich off-screen unbedingt mal mit dem Taktik-Shop beschäftigen, denn da schaltet mir immer meine wichtigen Schwünge ein. Aber die möchte ich eigentlich nicht dann haben. Ich möchte eigentlich nur eine Zwingbar haben, weil das sonst viel zu viel Ausdauer kostet, die dann reserviert wird. Also wir sehen es hier bei Unbezwingbar. Aufrechterhaltung, 60. Und das sind dann 60 Ausdauer. Und bei dem mächtigen Schwung käme nochmal 30 dazu. Das mag zwar nicht viel sein, nur wenn ich dann im Endeffekt keine Ausdauer mehr habe, um meine Fähigkeiten einzusetzen, dann ist das ein bisschen blöd. Alistar hat Bedrohung an, das ist gut. Und Schilddeckung, das ist an sich auch gut bei den ganzen vielen Bogenschützen. So, und unser Mage, der hat Flammenwaffen an. Jupp, das ist sehr gut. Arcana-Schild. Jein, der bekommt ja... Beziehungsweise ist ein Gruppen-Buff, aber den möchte ich erstmal nicht dann haben. 30. Mal eine Aufrechterhaltung. Nee, das kostet zu viel. So. Weiter geht's ins Stockwerk Nummer 4. Okay. Ich glaube, wir sind am Ende. Ja, sprich und wortwörtlich. Ja, schade. Okay. Das könnte hässlich werden. Ogre. Boss. Ich zoome mal gerade raus. Ja, du gehst drauf, du machst direkt mal den hier. Und du gehst erstmal hier rüber. Und du gehst auch erstmal hier rüber. Und du stellst dich mal... ...schön weg von dem ganzen Gedöns. Okay. Ja, du gehst doch hin. Aber weg. Okay. Du kannst mal drauf gehen. Und du machst Knurren an für Verteidigung. So, hier. Und machst dann Rüstungstrennung. Und du... Du kannst mal... Wo war es? Schwäche. Der Zauber entzielt einem Ziel Energie, wodurch dieses Abzück auf Angriff und Verteidigung erleidet. Ja, das ist gut. Weniger Verteidigung ist immer gut. Bitte mal hier drauf. Was hat... Okay, da hat Alistar hochgehoben. Wirkt der... Und Alistar hochgehoben schaden. Und Alistar hochgehoben schaden. Scheiße. Und ich kann ihn auch nicht. Okay. Aber das ist... Wenig. Aber wir haben doch noch... Genau, wir haben große Wundumschläge oder normale Wundumschläge. Und da kannst du auch mal gerade mal einen benutzen. Und du kannst mal gucken, dass deine Lärmung klappt. Und... Oh, oh. Der kommt mir hinterher gelaufen. Hast du noch deinen Knaufschlag? Dann mach den mal gerade bitte. Ja, du hast... Okay, der will Stillschlag hier machen. Du hast nichts. Und ich bin... Oh Gott, ich laufe weg. Das ist... Das ist gar nicht mehr gut. Okay. Jetzt mal ein bisschen näher rein als geschehen. Das ist bald wieder... Alles auf CD. Alles auf CD. Dann packen wir dir den schwachen Wundumschlag auch mal hier rein. Und du kannst... Und du kannst... Versprechen. Oh, der hat den... Ach du Scheiße. Okay. Okay. Stein beworfen und weg ist er. Und das wird... Ja, bitte. Und du... Und du... Hier, so gehe ich nur hin. Ja. Und du hast die mächtigen Schwungel wieder angemacht. Die sollen weg. Du heilst dich gerade auch nochmal. Machst du auch nochmal... Großen Wundumschlag. Einen normalen Wundumschlag. Kein großer. Und vorbei. Heiliger Scheiße. Verletzer. Okay. Der Mage ist wieder am Leben, aber der hat jetzt einen Debuff. Gespaltener Schädel. Abzug auf Klugheit. Ja, Abzug auf Klugheit. Verwende eine Verletzungsausrüstung oder suche das Lager der Gruppe auf, um diese Verletzung zu heilen. Okay. Ähm. Wir haben so ein Verletzungskit ja dabei. Wo haben wir jetzt? Schwache Verletzungsausrüstung. Acht Stück direkt. Ich weiß aber nicht, wie viel noch kommt. Und der Mage des Zirkels, also der Namenlose sozusagen. Nicht, dass ich jetzt einen Kit in den da rein haue und der sich dann direkt wieder verpisst. Starker Wundumschlag. Ja. Haberts, Aiges. Schild. Ja. Blitzruhne des Gesellen. Waffenruhne plus 2 Elektrizitätsschaden. Waffen kannst du verbessern, indem du sie mit der Ruhe verzauberst. Uhuuhu. Joa. Mein Kodex-Eintrag. Okay. Das finde ich mal gut. So, wir zoomen wieder rein. Gibt's hier noch irgendwas? Was? Schwache Eissalbe und Stammelsatzkette Geschenk. Alles klar. Jahrespargament. Ich glaube, das war so schon. Alistair, was ist mit dir? So, ist richtig. Du kannst auch mitkommen. Leuchtfeuer. Lars! Zum Rückzug! Aber, was ist mit dem König? Sollten wir nicht... Tut, was ich befehle. Was zum... Wieso Rückzug? Rückzug, ihr alle! Bewegung! Was ist mit dem König? Oh, Gott. Musik Oh, oh, oh. Das gibt's doch nicht, verdammter Login. Ah, endlich öffnet ihr die Augen. Mutter wird erfreut sein.